ach so ich verstehe es gerade nicht warum ist denn hier eine motorhaube die motorhaube kommt weg die jetzt drauf ist dann hast du ja dann muss ich mal und danach muss also so jetzt muss ich selber mal denken weil das ja zwei jahre her ist wie groß denn noch mal ist obwohl ich habe ja bilder von von dem mustang noch ganz ist hier rot einfärben die zwei luftdinger da ja super ja das dauert so zehn sekunden bis das bei mir her kommt also zu bayern bis nach rheinland-pfalz genau ja ich glaube gut im internet wäre sogar das schneller über was schnell das ist schneller weil die ankommen ist ja nicht mal so schlimm wenn du in china wohnst ja corona virus weiß ich kann dann kein ich kann dann kein deutsch jetzt gerade so dann baue ich mal das interieur warte mal ist ist das nicht bis zu klein für mustang nein ist der wirklich so klein der ist nicht klein hä wieso ist das bei mir so klein aussehend liegt das am monitor wahrscheinlich warte mal aber wenn du das jetzt abbaust hier dann gibt ja das komplette ding hier weg so so dass coole breite nein nein das funktioniert was funktioniert dass das wieder den lift dran ich habe keine angst ich habe keine angst ich habe keine angst dass es dass mein dass mein ding angst abstürzt es war früher passiert weil also du weißt es ja nicht mehr dass mein es gehört mich also mein kompletter pc eingefahren ist und ich bin einfach weitergefahren mit dem obi truck der mit dem obi lkw ähm nein das war falsch der ist ein bisschen zu nahm ich ich lass einfach diesen loch da so was ist eigentlich was ist das was ist das denn ach so soll das der auspuff sein was hast du gemacht nein das ist die motorhaube ähm sarok was hast du gemacht was meinst du was ist los was ist los oh jetzt sehe ich sie auch eine horde von lift okay ich habe einen guten pc ne ja ja das wichtigste naja mein neuer pc ist nicht mehr der gut guteste beste beste ja nicht der beste ja macht nichts ist nicht war ein gaming pc trotz dass jemand seite das ist einer was wer sagt denn das der verkäufer wann hat er das gesagt vor 100 jahren oder ne der hat gesagt das ist ein gaming pc wo ich das von drinnen gesehen aber also der das komplette mein board oder so dann habe ich gesehen nein das ist kein gaming pc und dann hast du aber trotzdem gekauft nein ich hab das jetzt schon gekauft ach so das war sein erster gaming pc von dem verkäufer ach so ach so wieso hast du hier was hast du hier gemacht das kannst du jetzt weg löschen ja solange dass man sowas wollte ich noch mal bauen ich hab's vergessen ich bin schnell vergesslich ja merk ich nein das ist falsch das soll ja kein das soll ja kein mustang lkw sein stell mal vor wenn man in stell mal vor im echt gibt es einen mustang lkw gibt's bestimmt vor der front ne gibt's nicht weißt du doch gar nicht doch das weiß ich na das ich hab noch nie einen mustang lkw gesehen gibt bestimmt jemanden der mal einen gebaut hat ich hab aber einen oha ich hab mal einen sprinter gesehen der hatte einen mustang motor drin also mercedes sprinter ähm mhm selbst wahrscheinlich reingebaut natürlich ja jetzt geht's weg was du fliegst bei mir ich fliege jaja juhu ich fliege dann ja ich habe aber nicht die mod drin dass das man fliegen kann ne flash shift bis zu musik ach ja 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 gerne hä wieso ist der oh cool das warte mal ich muss mal spotify aufmachen ich kann nicht mal bei spotify gehen weil sonst äh Scrap-mechanning öffnet hallo Scrap-mechanning lass mich ich lass mich doch ich kann einfach nix ist der block im weg ah weiß ich nicht da ist ein block im weg kannst du den orangenen block da weg machen den in der mitte ist nein nicht den in der mitte da ja genau ja drinnen auf der mutter war ja genau so jetzt ha oha oha das sieht cool aus sieht ja voll ja jetzt wird es hart wird hart ja der hat wirklich was so oh oh meine seite tut weh außen nichts genau uuuh was passiert lol hä hehehe nein was ist passiert ähm ok muss mal anders da machen gut ich was nicht wirklich ja ja würd ich jetzt auch sagen ich hab doch nur ein radio gespawnt nur zu ja und ich wollte ihn weiter bauen aber dann ist mir auch gemeint dass er einfach weggeflogen ist haha na gut beim äh glitcher den mod musste ja alles blau färmen was nicht geht okay ich kann einfach kein mustang machen das ist schon mal klar das stimmt ich glaub du musst das hinter dem diese beleuchtung auch glitch werden ja das glaub ich ja auch weil die sind ja alle zusammen weißt du ja zusammen mit einem kenne ich kenne ich boah dieser mustang liebe ich schon wirklich das ist gut so was ist ähm wieso ist hier ne lücke die kannst du mal schließen Ich würde sie ja schließen, aber es dauert bei mir so lange Nicht aus Holz Ich hatte aber nicht das Plastikding Ich hatte das Plastikding, aber es war aus Holz Was ich nicht verstehe Mein Deutsch geht weg Cool Mein Deutsch geht weg, ja Ich merke es Guck mal, hier kein Salz zu machen Aber nicht mit Holz Siehste, jetzt geht's Oha Warte, jetzt muss man das schon färben Hä? Achso, die Xbox ist komisch Boah, das wird schon geil Was hab ich jetzt gemacht Ich hatte, das war in meinen Gedanken tatsächlich Meine Fantasie Ja, das kenn ich Und dann wird's doch nicht so Ja, stell mal vor, wenn wir umsonst bauen Boah Diese Seite Oha Okay Der ist aber ein bisschen Zu groß dafür Zu lang Ja, das kann sein Der ist kein Sprinter Ne, das ist ein Coupé Coupé, ja Kein Sprinter Genau Ein Ford muss sein Sprinter Ne, das ist dann viel zu klein Das ist viel zu klein Man muss nachdenken, ne Man muss nachdenken Dauert das wieder 3000 Jahren Bis es wieder fertig ist Oha Ja, das wird schon geil Oha Der sieht schon böse aus Ja Der sieht schon böse aus Oha, was war das denn Das hab ich noch nie gemacht So Was Ja, das Guck mal Ich seh's nicht Ich hab das nie gemacht Moment Moment Äh So Was hab ich denn jetzt gemacht Ist das bei dir wieder verzögert? Also ich seh gar nix Also ich seh gar nix Hä? Hä? Wie kann das sein? Das weiß keiner so genau Jetzt muss ich mal die Lenkung bauen Aber das geht schlecht Warte Welche Federung kommt rein? Federung? Wieder Nummer Ja, Federung Ein Mustang braucht eine Federung Ach, geh Ich hab Ich hab eine gefunden Guck mal Die hier Ist das wieder Ich seh Probier's gar nicht Ich seh nix Ja Ne Probieren, ne Überstudieren Ja Oh je Das ist Das ist voll Ich benutze ja auch Integriert Gerade eine Ja So eine Tastatur Die Für Also ich benutze eigentlich für eine Gaming Tastatur Aber gerade benutze ich keine Ähm Lenkung Vergessen Ne Ah, jetzt seh ich den Stoßdämpfer Hä Hä Was ist das Dauert das so 3000 Jahre lang Ja So lang dauert das Moment Ich hab Ich hab schon Reifen gefunden Die sehr cool aussehen Wahrscheinlich Super Oder auch nicht Nein Die sieht doch nicht schön aus Guck mal Zarok Nein Nein Das sieht nicht gut aus Vor allem sind die Stoßdämpfer viel zu weit oben Hä Nein Die mach ich dann Äh Auf Eins Oder so Aha Ja gut So Welchen Welchen Reifen benutze ich wohl Also Der normale Reifen Sieht dann auch nicht schön aus Das weiß ich schon Oder Wahrscheinlich nicht Mir ist gerade aufgefallen Das sind die einzigen Mod Reifen Die ich habe Ja Wie gewusst Wie gewusst Sieht nicht schön aus Ne Oh je Ich hätte Diese Wie zwei Karre Suche rein machen sollen Weil die Der hat so Beste Mods Drinnen eigentlich Kann man ja noch machen Oha Zarok Der ist ein bisschen groß Der Ganz bisschen Ja Bisschen nur Aber eigentlich Versuch's was wert Ja So Moment mal Okay ich warte Oha Oh jetzt kommt's Pass auf Oha 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 Ist dir erst Jetzt hat so aus Ein getuneter Mustang Was Das sieht so aus Das sieht so aus wie ein getuneter Mustang Wenn ich das so runter tue Ja hat das davon getestimmt So Schön wenn ich höre Diesen Einfach meinen PC Lüfter Geräusche Die einfach so ausrasten Ohne Ende Weil Scrap mich einfach so viel Ausnutzt Dauert das Jeder Jahre Bei dir Ich glaube Ich glaube das Internet ist doch Nicht gut Nee Ich habe es besser vorgestellt Wie breit ist der vorne Also wie viele Blöcke Ähm Eins Zwei Warte Eins Zwei Drei Acht Blöcke Acht Achso Ja ich Ich kann Ich kann ja nicht richtig Zehn wahrscheinlich Aber ich glaube das ist acht Okay gut Weil Ich konnte ja nicht richtig Zehn weil da auch Kornblöcke sind Und die kann ich nicht Richtig tagen Weißt du Hm Wie schnell kann es dunkel werden Bitteschön Schnell Wo ich kurz Dahin Wo ich kurz Ähm Noch nach hinten geguckt habe War es noch Tag Jetzt wo ich noch mal Hingeguckt habe War es einfach dunkel Ähm Mit Fenster Ja Glas brauchen wir jetzt nicht rein machen Nein Ich meine diese Weißt du Diese Keine Ahnung wie die nochmal heißen Ich habe es vergessen Ja ich weiß es auch nicht Ich also meine Eltern Also mein Vater hat ja auch ein USA Auto Aber so französisch und USA Zusammen Was für ein Auto denn Äh Zitronenzahn hier aber das ist die 90er Version Tatsächlich haben wir die US Version Anschein die französische Version Weil wir haben auch die französische Version und die hat einen Motorschaden Oh Ja Ja Schon seit 2013 oder so Was noch böse ist Kann passieren An einem Vierzylinder Motor Ja 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 Je kleiner der Motor Das so wahrscheinlicher Der 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 neue Zahn Ja von uns Ne Hat voll der beste Hat voll der beste Sound Man kann das direkt wissen Das ist ein US Auto Echt? Wegen dem Sound Ja Okay Ist zwar auch ein Vierzylinder Aber der hört sich von hinten einfach wie ein Amian halt Ach krass So Leider muss ich jetzt weiter Der nächste wartet Ja Okay Ja Dann baue ich mal weiter hier Versuche ich mal Ja kannst ja mal machen Ich habe das Heck da hinten schon angefangen Ja Dann kann ich das mal auch versuchen Per Bilder Und so Ja Ja Aber ich habe ja nicht immer so viel Zeit Weil ich muss ja auch einen Traktor reparieren In echt meinst du? Ja Ja Das ist ja schön Weil der hat Weil der hat so Zahnradprobleme Nein Bei den Staaten Okay Und Ja Na gut Okay dann Ja hat auf jeden Fall Spaß gemacht War lustig Ja Mit 3000 Stunden lang Warten bis alles gebaut wird Ja Naja Auch mal eine Erfahrung Ist ja Ist ja nicht schlecht geworden Bis jetzt Nö nö Ja Das wichtigste ist ja die Front Und das Heck so ein bisschen Und Genau Ja Den Rest schaffst du Ja Du kannst dir ja dann mal ein Bild schicken Wenn du Wenn du Weiter gemacht hast Und fertig bist Oder was auch immer Ja Aber ich muss ja halt einen Traktor reparieren Ja Das machst Kannst du Kannst du dich hinsetzen? Ja Kann ich machen Ja Dann als Abschluss Sitz ich? Ja Okay gut Ja Schön Ja Na gut Direkt mit dem Mustang hinten Genau Ja Hat dich gefreut Ricardo Ja Ja Wollte ich sagen Bis zum nächsten Mal Ich weiß nicht Hast du dich nochmal eingetragen Irgendwo Demnächst oder so Ja Mach ich mal Und dann Ja Vielleicht Vielleicht kann man da ja weiter Ja genau Vielleicht dann Bin ich zu Hause Und dann hab ich Bestes Internet Und du brauchst dann Keine 3000 Stunden lang Bis alles fertig ist Ja Genau Bis gebaut wird Okay 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 Mach's gut Ja Tschüss Tschüssi Tschüss